Ja, willst du Norex schon mal einladen? Ich bin Norex. Ja, ja. Ich bin der Streeperpro heute. Bro, das ist respektlos. Das muss aufhören. Bro, sag mal den Vornamen. Ich hab bei dir geschlafen. Ich hab bei dir übernachtet. Wusstest du, dass Dima was gedacht? Wusstest du, dass Dima... Dima, ich möchte mich erst für meinen Teampartner Poplotte entschuldigen, der uns leider das Turnier kosten wird und wir werden nicht gewinnen. Das ist Bullshit, alright? Bro, hast du... Nein, okay, gut. Red, was du sagen wolltest erstmal und danach werde ich kurz auflisten, was hier Sache ist. Zwei Sachen. Einmal, shared, falls ihr euch fragt, was zum Fick geht ab. Dima, Norex und meine Wenigkeit sind ein Dreierteam, auch ultra geil gewählt, danke nochmal an Veni. Wir sind ein Dreierteam und wir nehmen bei einem Veni-Minecraft-Speedrun-Turnier am Sonntag teil. Piposprint, da haben Dima und ich auch schon mal teilgenommen. Zu zweit, glaub ich, ne? Wir waren zu zweit damals. Ich hab auch schon mal zu zweit mit Dima gemacht. Wir waren zu zweit, ich hab mit euch beiden zu zweit geteamt. Okay, ganz kurz. Nein, Fresse! Fresse? Wie redest du? Das ist nicht die Team für mich, die ich mehr erhofft hab, Dima. Ja, ey, die Brandenburger Goats, was soll ich sagen, Bro? Brandenburg hat harte Typen rausgezimmert und mich. Oh mein Gott. Team 3, Multipearl, Farbo und Merleperle. Wie gut ist Merleperle? Totarsch. Du bist besser als Merle, ich bin genau so gut wie Farbo. Ey, aber Merle hat mal gespeedrunts, glaub ich, oder? Dann, wir halt, dann die Movo, der ist wie du fast, Dima. Was ist das für ein Scheiß? Bro, wir haben den selben Namen. Kevin, du musst dich unbedingt auf Papierax oder so reinnehmen. Richtiger Scheißgag, Scheißgag. Bro, Alter. Ty, bleib bei den Speedruns. Ja, Bro. Papierax ist crazy. Nee, aber no joke, ich glaube, unter den Pros, wir können alle Erster werden bis Vierter. Nevermind, Nevermind, hab die falschen Teams vorgelesen, gerade mal, schreibt wenig, ich hab die Teams vorgelesen von damals. Mann, nee, aber irgendwie nur Cardscrofter, das sind ganz kleine Unterschiede. Das Ding ist, Bro, Reax. Teammates sind so scheiße, ich hab runtergescrollt, ich hab runtergescrollt, Cardscrofter macht mit Merleperle, Tian macht mit Norman und Cardscro mit SpaceX. Alles bleibt, also eh nicht gleich. Wie gesagt, unter den Pros, unter den Noobs, ich glaube, da kann alles passieren. Ich glaube, du musst Nojo carry'n. Ich? Weil unter den Semipros, ja, ich glaube, da ist am meisten Potenzial. Ich glaube, du bist der beste Minecraft-Spieler. Warum muss ich nicht carry'n? Mann, weil du eh, immer der Letzte wird. Das ist auch... Lass los, Teller, Digga, was ist los? Ich finde, nee, was ich sagen wollte, ich finde, unter den News, ist halt alles so. du hast ab 10 Minuten den Referat gehalten. Okay, sorry, sorry. Ey, Dima, du meintest gerade, du bist von mir abhängig, ich bin der Wichtigste aus unserer Team, du hab' ich zu reden. Okay, du bist dran, du bist dran. Ich bin der Wichtigste aus unserer Team, wir sind schon so sehr. Okay, wie merkst du darfst reden, du darfst reden, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, dass du nicht sterben sollst und dann gewinnen werf. Ey, Mann, du sollst auch nicht sterben. Äh, nee. Mann, IRL. Achso. Okay. Ey, ganz kurz, bevor wir weiter labern, welches Minecraft boot ich ab und kann ich Badline-Client nehmen? Nein. Und 1,16. 1,16, 1,16, 1,16, 1,16, Nein, 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 bitte Kevin, weil du noch nie gay bist, willst du auf dem PipoSprint Discord? Ich hab, äh, ja, ich hab Minecraft nicht mal installiert. Achso, wir müssen diese ganzen... Wie bitte? Du hast kein Minecraft installiert? Ich hab nur Badline-Brower. Im Discord da bei PipoSprint, in dem Textkanal. Der Installer, richtig. Aber ich muss dafür wahrscheinlich Minecraft einmal in 1,16 gestartet haben. Ja, ich glaub schon. Und das ist halt auch noch ein Keylogger aus Österreich. Okay, nice. Vini muss das Bruttoinnersport steigern und zwack da ein paar Millionen von deinem Konto ab, ohne dass ich bemerke. Digga, Keylogger oder Trojane aus Österreich sind die schlimmsten. Real talk. Ich schwöre, Digga. Digga, wer weiß, was die damit machen, Alter. Bro, du hast ein Enderdrache-Shirt an. Ich brauch das. Woher hast du das? Ey, das hat mir mein Cutter-Willbo zum Geburtstag geschenkt. Der Enderdrache ist meine Bitch und hinten steht drauf, warte, 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 Basti-GerG-Fan-Club. Ich will das auch haben, aber nicht, weil du das hast, sondern, weil das cool ist. Ich hab seit vorgestern einen Basti-GerG-Kopf, der auf mich grad starrt, neben meinem Bildschirm. Das gibt mir Kraft. Haben wir alle Basti-Kopf? Ja. Hat euer Basti-Kopf auch ein Loch mitgeliefert bekommen? Oder nur meiner? Nee, aber dafür meine Kuh, Bro. Oh. Die hat auch schon Dinge gesehen, Alter. Kevin, du hast irgendwie so acht Basti-Köpfe. Ich hab so heftig auf Basti geschlafen bei dir. Ich hab so heftig mit ihm gekuschelt, das war so emotional für mich. Ja, kann ich die jetzt alle wegschmeißen, oder wie? Nein, Schimmer. Ich hab das sauber gemacht. Ja, das war's wieder. Gut, hast du, wir müssen jetzt noch ein bisschen Zeit überbrücken. Wie machen wir das? Wir sind doch Content-Pros. Nee, todespeinlich, in Lobby, find ich. Ich hab heute Morgen, soll ich dir mein, nein. Was sollst du sagen? mein Tag war richtig krass. Ich hatte am Anfang, ich hatte geplant, heute um 10 Uhr Fortnite mit Max zu spielen, die neue Season, dann hier rein zu hoppen und nachher Basti-Challenge. Ich hab dich nicht Fortnite-Spielen sehen. Genau, Fortnite-Server, sie sollen erst um 23 Uhr online gehen. Ich saß da 6 Stunden und musste mit Max reden. Ich hab mit Max Frankfurt-Tinder-Videos geguckt. Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Das war der Schlimmste, bei mir oder bei Max? Tatsächlich bei beiden. Ich hab eine Zeit lang sogar für so eine halbe Minute hab ich so auf beiden Streams mit unterschiedlicher Verzögerung den Stream geguckt und hab's nicht gecheckt. Nee, aber ist das richtig, dass du den Urlaub nur gemacht hast, um dich auszuruhen für das Turnier hier? Nein. Warum dann? Bro, ist das nicht ernst? Das ist das mal ernst da hier? So, Arschloch, sag mir jetzt erstmal, welche Version ich brauch. 1,16,1. Okay. Super, dann kriegt auch direkt die Polizei. Norex, wie viele Viewer brauchen wir, dass ich in deinen Titel schaffe? Ähm, wer bist du? Ach, Digga, ich muss Java installieren. Was ist das denn für ein Schöneres? Das haben die Mods gemacht, ich mach sowas nicht. Dima, wie viele Zuschauer hast du? Bro, was ist das für, noch nie so eine, so eine richtige Frage gestellt bekommen, weiß ich nicht. Ich hab die eigentlich aus. Ich glaube, ich hab's von, ne, irgendeiner meinte, warum unser Zuschauer aushaben. Ja, ist wichtig. Ich hab die nicht aus, ich hab mich die ganze Zeit runterziehen. Weil Norex macht grundsätzlich nur ab 100 Zuschauern plus die Leute in den Titel. Weil der saugt, der saugt, also der schreibt nur Leute in den Titel, von denen er saugen kann. Bro, was soll denn das? Wir können diese Agenda nicht weiterfuschen. Oder die er halt straight up kopieren. Bro, Norex, ich weiß noch genau von dem Jahr, von dem Jahr, wie es damals lief. Ich war damals schon da. Wow. Aber ist okay. Aber er hat dich vergessen. Nicht meine Titel schaff ich's. Nein, Dimax immer in meinem Chat, Dimax Top Typ. Ich hab auch immer zu wenig gesagt, ich spiel diese Turniere nur mit Dimax. Weil ich hab keinen Bock. Das ist ehrlich süß. Ich hab nicht Bock, mit irgendjemandem zu reden, der mich die ganze Zeit anschweigt. Und bei Dimax check ich so, der wird wahrscheinlich lustig sein, wenn er meinen Stream guckt. Checkt ihr? Leute? Das ist lustig nicht, aber sweet. Ich echt dich auch, Norex. Yo, yo, top. So ihr scheiß Loser. Ich hab jetzt... Du schuldest mir 250 Euro das letzte Mal so geworfen, Alter, ich hasse dich. Schäme mal. Schäme mal, Bro. Egal. Ich hab nicht... Soll ich dir sagen, was passiert das letzte Mal? Bro, warum hast du mit Fabo noch geredet? Das fand ich nicht in Ordnung. Digga, Fabo. Fabo ist 250 Euro aus den Taschen gezogen. Bro, Norex, legit, dein Stream sieht genauso aus wie meiner. Was ist das? Mann, ich... Warum? Ich... Ich... Das ist nicht mit Absicht. Was ist das hier? Oh mein Gott, ich hab das jetzt in den Pipo Sprint Discord reingepostet. Warte mal. Shit, Mann, das ist... Mann, Mann, ich schwöre, dass es nicht mit Absicht. Was hat es da mit Absicht, Digga? Nee, das Ding ist, ich hab auch einen Mod, der Schwabe ist und er ist mein bester Freund. Ja, ich hab den Clip gesehen. What the fuck? Aber ich hab den schon seit vier Jahren. Ich weiß nicht warum. Brandenburg, weißt du, ich glaub, wenn man in Brandenburg spawnt, ist eine Storyline, die man spielt, die ist vorher gesehen, weißt du? Oh, top. Ist der gerade ausgetimt? Nein, ich bin noch da. Aber irgendwie kam ich gerade nicht bei Minecraft rein. Okay, war das noch? War das noch? Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Ja, das ist Kevin Teller. Alles gut, alles gut. By the way, kann ich eure beiden Streams nicht sehen. Ja, ja, dann alles in Ordnung. Okay. Okay, soll ich einfach euch zeigen, ihr schaut und dann macht ihr nach? Ja. Hast du die Map für uns? Es gibt so eine geile Map für den Mobilen. Ja, ich glaub, ich hab die auch nicht mehr. Ja, ihr könnt einfach auf minecraftspeedrunning.com, ich kann aber gleich die Links schicken. Da sind eigentlich alle Maps. Ich hatte die eigentlich beim letzten Mal runtergeladen, aber ich glaub, es war noch der alte PC. Bro, ich check bei GitHub nie, wie man runterlädt. Ich schwöre, ich suche immer so lange. Rechts auf Releases immer. Mann, aber das nervt doch. Macht doch einfach einen Download-Button, Bro. Wirklich diese GitHub-Leute, Mann. Hey, Leute, wir sind eine Seite mit Open Code. Wir machen es mega schwer. Das fang ich jetzt mal so. Du hast mal App-Practice geschickt, Bro. Ähm, wo ich, versteht man auch nicht, wo ich das downloade? Ey, Lorex, ich schick dir aber die scheiß Datei. Bist du dumm? Ey, wenn da ein Keylogger drin ist, und du mir die 300 Euro von meinem Code nimmst, die ich noch habe, hau ich dich. Ich schick dir diese verfickte Huren so eine Zip-Datei. Bitte keine Vekalausdrücke in meinem Stream. Es geht nicht. Man kann hier nichts schicken irgendwie in unserem Call. Ja, ich habe Kinderschutz-Modus von meinem Vater aktiviert. soll ich euch Tutorial machen mit Screenshots und roten Pfeilen? Ich habe kein Up-Mit auf meinem PC. Bist das scheiße? Oh mein Gott. Ich habe euch ein Live-Tutorial gemacht. Bruder, Dinger, Dima schickt ihn hier, Chat. Bro, mit Pfeilen, Bruder, was ist das? Was für Assets, Digga, bei mir sind keine Assets, Digga. Junge, bist du Bist du auf Assets? Ich kann nicht schwor bei mir. Digga, du musst reden. Mach mal den Stream auf. Ja, okay, habe ich eh immer. Hihi. Okay. Das, ja, da war ich auch. Das recht, jetzt hier draufdrücken, Releases, und dann hier auf Zip. Oh. Und dann lebt es Automatisch runter. Ich wollte ja keine Downloads haben. Digga, Read, aber jetzt mal, Gagsicide, das muss doch mehreren Leuten aufgefallen sein, oder? Das fuckt so böse, krank ab, finde ich, auf GitHub. Ich such da jedes Mal. Und muss ich das denn packen, oder kann ich das einfach so reinziehen? Einfach so reinziehen. Bruder, spielst du Minecraft seit gestern? Nein, aber ich mach's, ich hab, mein Vater muss immer da runterladen, wenn ich normal, und wenn ich live bin, kann ich den jetzt nicht holen. Mann, Digga, du bist so ein Scheißopfer, Alter. Warum? Sie geben eine Begründung, warum. Ach, Mann, ey. Ey, der Download wird irgendwie nicht fertig, da steht 24,7 MB von 24,7 MB, Digga. Jo, hab das reingezogen, die Welt sind nicht da. Pff, scheiße. Fehler beim Viren-Scan, OGG. Okay, gut. Danke, Norex, äh, D-Mex, mega geil. Ey, noch einmal verwechseln, ich bin raus. So. Ich bin drin. Ja, ja, die Russen wieder, ja, jo. Ey, Spaß. Äh, wo sehe ich die Maps, weil ich sehe sie nicht. Muss man sie entpacken? Nee, ne? Nein, das ist so richtig scheiß gemacht, du musst es entpacken und im Entpacken ist der Ordner noch mal drin, weil das ist das Schlechtste, so was mir geht. dann drückst du die falsche Tasse, du musst, glaube ich, hier entpacken und nicht entpacken zu bla bla bla. Oder andersrum, keine Ahnung. So, D-Mex, hör mir jetzt mal ganz genau zu. Du hast recht. du sollst... Oh, man. Alright, ich hab mich rein. Hab alles, hab alles. Norex hat besser die Kadeen in Skyward 1,16 als du, glaube ich. Also, HDF. Vierter wäre so geil, so ein Eider, der oben ist, Alter, so ist ja auch nicht so zu bocken. Mann, ich hab zwei, ich dachte mir, als ich einen hatte, wenn ich zwei habe, sind alle meine Probleme gelöst, aber, nee, doch nicht. Und was geht's räumen? Nee, Monitore. HDMX hat zwei Monitore auf dem Main, spielt er meinst du auf dem 2, kriegt er Pornos. Ja. Da wissen die wenigsten. Ja, äh, bei seinem Weltrekord, bei seinem Weltrekord, bei seinem Weltrekord, Digga, oh ja, hab ich nicht immer alles geladen. Bei seinem Weltrekordrun, war er natten hart, Alter, wirklich. Er war, Digga, aber nicht wegen dem Pornos, sondern weil er sich so steif gespielt hat, weil er so schnell war. Wir sind seit 25 Minuten im Training drin und wir haben noch keinen sinnvollen Step gemacht. Aber ist trotzdem geiler Konto, das heißt auch, wenn wir verlieren, wird das witzig. So, ähm. Oh Mann, ist das dumm. Nee, wenn wir verlieren, kann ich Miete nicht zahlen, wir müssen gewinnen. Äh, wir können Paypal und Me aufmachen, würd ich. Machen wir eben Practice oder Bashin? Portal. Hast du Portal schon? Oh mein Gott, Shrymax ruft mich grad an. Äh, Jungs, Papa Blatt, oder ruft mich an, ich muss auf. Ja, Max, was ist? Hallo? Ja, hallo? Äh, vorhin, als du die Streams uns übertragen hattest, hast du da einmal ganz, ganz kurz irgendwann Discord gezeigt? Nee, warum? Für tausendprozentig nicht. Tausendprozentig, warum? Oh, Bro, hat was geleaktet. Tausend. Hab ich schon, ist was geleaktet worden, oder wie? Ja. Was denn? Serverpasswort und, ähm, Server-ID. Nee, ich glaube nicht. Aber wann ist der aufgestandt, jetzt gerade? Ja. Ja, dann kann das echt nicht gewesen sein, das war vor vier Stunden. Na, wir haben jetzt erst angefangen zu zocken. Ist alles vom Arsch bei euch jetzt? Wir müssen jetzt irgendwie mit G-Portal kontaktieren und einen Save-Point von früher laden. Ach, was? Und IP ändern. Ich hab nichts gemacht, ich schwör, ich hab nichts gezeigt. Ich war, also, ich hab wirklich nichts gezeigt. ich bin mir ziemlich sicher. Der ist am Ende. Der ist am Ende. Gibt euch den an. Nee, aber vielleicht, oder vielleicht doch, oder hab ich das gezeigt? Aber wenn ich das gezeigt hab, was hat das für Konsequenzen? Keine. Okay, aber ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. Ich passe eigentlich immer doll auf. Bei so'n Discord kann man auch aufs Versehen mal zeigen. Hätte er so links und so schon reingekommen. Nee, ich glaub nicht. Okay. Und falls doch, es tut mir sehr leid. Ich versuch nur grad rauszubinden. Okay. Weil ich weiß, dass er sich irgendwie anderes Zugriff verschockt hat. Aber es ist, da steht's drin, das muss es gewesen sein. Okay. Kevin macht grad Fitna und schreibt mir wieder, dass ich erzählt hätte. Ich hab, ich hab das Server-Passwort geleakt, aber ich hab außersehen gerade deine Handynummer am Stream gezeigt. Ist das schlimm? Nein, das ist okay. Okay. Viel Spaß beim Zocken. Vielleicht krieg ich jetzt ein paar Anrufe. Hau rein. Warte, aber weißt du, das ist ernst gerade? Nein, oder? Nein, das ist, ich hab einfach nur einen super witzigen Gag gemacht. Digga, das wär so hart im Behälter. Okay, Portal-Practice ist offen hier, Wichser. Was jetzt? Digga. Machen wir Lava-Portal too deep? Warte, gehen wir jetzt in Lama's Bastion-Practice? Nee, 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 Portal-Practice, du Arschloch. Hä? Wir haben doch, wir wollten nicht, wir sollten nur Bastion-Practice und End-Practice hab ich. Sag mal, bist du dicht oder so, Bro? Portal-Practice. Ich hab hier ein Bierchen an meinem Tisch stehen, willst du's sehen? Nein, Bruder, ich hab im Gegensatz zu dir nicht meinen Lieblings-Streamer auf. Ich versteh das gerade nicht. Achso. Abgesehen, hätt ich dann auch nicht deinen Stream offen. Ich hab halt überlegt, Mann. Hä? Ist du auf Lama oder bist du auf End? Portal-Practice, Digga. Wir haben drei Sachen geladen, da drüber ist noch was. Oh. Okay, ich probier schon mal, ob ich's ohne euch kann. Wenn du willst, ich kann dir auch zeigen. Ich gucke, wenn ich kurz zugucken und dann macht Kevin jetzt einmal mit dir und dann machst du einmal mit mir und dann gucken wir mal bei dem anderen oder so mäßig. Dann ist es durcheinander, oder? Ich glaube, ich zeige fort, ich kann, glaube ich, eure beiden QVs maybe anschauen. Wobei, I don't know. Kevin, das sieht nicht gut aus. Ja, zeig mal. Weniger Wasser auf die Lava. Digga, zeig mal, wie's geht, bitte. Nee, nee, oben rechts die drei Punkte und dann, oben rechts die drei Punkte und dann kannst du... Mann, willst du mir alte Vier irgendwie jetzt verkaufen? Dann dein Teilnehmer ohne Video Anzeigen rausmachen und dann kannst du... Digga, Kevin, ich will dich nicht im Discord sehen. Das ist keine Gameshow. Norik, schaust du auch? Mann, der schaut schon wieder nicht. Was ist das für eine Scheiße? Guck doch, guck doch. Bist du gerade unter Wasser? Nein! Okay. Guck doch, ich gehe raus. Ich gehe später an. Mann, Digga. In Sobereitung. Dima, legt los, Dima, legt los. Mann, ich schreib mit. Legt los, Dima. Mann, okay, ihr setzt einen Block und dagegen setzt ihr Wasser. Damit es schon mal... An der Seite? Okay. Ist egal wie, zwei Blöcke und ein umgedrehtes L und das war es schon. Ah, da zwei Blöcke, okay. Hier Wasser dran und einfach nur Lava placen. Okay, L, L und die zwei Blöcke. Dima, mach mal kurz meins auf. Okay, also ich mach einplatzieren, boom, den weg, dann eins, zwei, drei, zack, 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 boom, boom, bam, 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 Alter, du geschmeidig gerade. oh, oh, schock. Oh, Digga. Marcel, willst du auch? Oder? Und noch? Alles gut? Okay. Was soll ich einmal machen? Ja, Lava Portal irgendwie steht da, glaube ich. Weiter links, weiter links, oder da steht Lava Portal 2, Junge, kannst du lesen? Links, Digga. Weiter links, links, ja, fast, rechts, klar vier, ja. Okay, gut, pass auf, Kevin, ich koche jetzt, bin der Pro des Teams eigentlich. Digga, Bro, ordnet seine Sachen. Oh. Yo, GG. No. Wirf das Ei, wirf das Ei. Mann, HDF, wollen wir, wollen wir weitermachen? Ja. Ich glaube, das ist easy, wenn wir das mit 20 Sekunden bald hinkriegen, ist das, soll das Tolle sein und reichen. Das ist easy fucking going. Ja, dann ist er auch abgestützt, oder, Dima? Ich glaube, Dimas PC ist komplett explodiert gerade. Ne, 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 ich muss gerade nachdenken. Sorry, was hast du gesagt? Das Ding ist, es geht auf anderen Minecraft-Distanzen ohne die PeopleSprint-Mod. Ich glaube, Veni hat wirklich einen Keylogger da installiert. Och man, ich mag Österreich so gar nicht. Hi, ich bin Grandmaster Dad, der Vater von Lina, die hat heute Geburtstag Dicke. Das ist keine Scheiße, Mann. Das ist keine Scheiße. Aber alles will uns im Moment zeigen. Das ist keine Scheiße, Mann. Das ist keine Scheiße. Ist das hier? Nein, 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 nein. Das ist nicht echt. Wollt ihr mir sagen, so gucken manche Leute gerade den Stream? Das ist nicht echt. Bro, habt ihr den gesehen, was Henry gemacht hat? Henry hat mir einfach, Henry, manchmal macht der etwas so Red, mehr als Shit, oder wirklich, der hat zu viel Zeit. Ich habe das hier in meine Instastory gepostet, das hat mir Wieland privat geschickt. von Henry Dehn hier. Bro, der Mann hat zu viel Zeit. Ey, sollen wir einfach eine andere Portal Practice Maps uns runterladen? Äh, nee, es gibt keine andere, die gut ist. Mach mal folgendes, geh mal in die Minecraft Option, also nicht in der Welt, einfach Options, Resource Backs, und dann Open Resource Back Folder, oder so. Ähm, dann geh zurück in .minecraft, also du bist in der richtigen Directory, geh zurück in .minecraft und in Mods, dass du deine Mods siehst, ja? Und da siehst du Pipo Sprint Client. Mhm, soll ich den rausmachen? Ja, mach den mal raus. Ich hab das bei mir gemacht, jetzt geht's. Veni hat wirklich Keylogger instiert. Äh, Veni, Digga, der Wichser. Veni Kraft. Alright, Pause Champ, ich guck, ob es jetzt geht, ohne Veni's Keylogger. Ja. Ja, lass doch Dima jetzt zeigen, Mann. Ich bin raus. Ich glaub, Dima hat wieder sein Headset rausgezogen. Dima, ist sein Headset noch drin. Jungs, Jungs, ich muss mit meinen Fans reden, sorry. Äh, alright. Hast du Headset wirklich gerade rausgezogen wieder? Nein, er hat gerade mit seinen 5 Zuschauern gebrochen. Hallo, wann bin ich müde, wann bin ich nicht müde? Ich hör dich, Digga, ich hör dich, Digga, what the fuck, Alter. Okay, ihr müsst auf viele Sachen achten. Drei FPS, Digga, hast du was für den PC? Weniger, Digga. Maaann, ich hab so, Alter, wir müssen das für die unbedingt gewinnen, der Mann hat ja gar nichts. Ich hab kein, ich hab kein Nidro, warte, nee, ist das wirklich so laggy? Nee, überhaupt nicht. Kann man machen so, zeig mal. Okay, ähm, als erstes, ihr müsst auf den, ich hab grad pausiert, also jetzt, leckt es jetzt? Okay, wir machen Schere, Stein, Papier, wer ihm Nitro giftet. ich pausier das Game, ihr sagt, ich hab ein Standbild, seid ihr, es steht Game Forced. Okay, ist okay, wir giften ihr jetzt Nitro, Digga, chill. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nimm Nitro, nimm Nitro. Oh mein Gott, ja, okay, weird, er ist mein Sugar Daddy. Nein, hast du oder ich Kevin? Ich weiß nicht mehr, wie das geht, bro, mach du. Ich hab mir einen Geschenkcode mal rausgehauen. Ja, den musst du ihm schicken, der hab ich hier, aber nicht Zeit. Digga, hast du, bist du dumm? Ja, okay, danke, what the fuck. Ich muss hier, ich muss hier mein Geburtsdatum, Geburtsurkunde hochladen. Mein Gott, Digga, kein Bob mehr. Mann, dieses Team ist so scheiße, Leute, wirklich, selbst unser Pro sind unser User. Mann, Kevin, du bist der Noob in unserem Team, bitte hör aufzureden. Darf er so mit dir reden, Kevin Teller? Lässt du das zu? Noob find ich crazy. Mann, ich muss hier so Captures machen, sich verkackt hier, glaub ich. Hä? Ich weiß nicht, wie man sich bei Discord einloggt. Mann, Vini, wir haben den schlechtesten Pro bekommen, Wortgefallen. Warte. Ne, Vini, wirklich, das ist kein Bob mehr, Vini. Ich lenne jetzt selber, ohne den. Bro, ich kann mich nicht einloggen. Boah. Digga, unser Pro hat nicht mal ein Passwortmanager. Ne, hab ich wirklich nicht. Muss man die Endermänner auch angucken, ist das wichtig? Ne, ne, man sollte die Endermänner nicht angucken. Okay, gut. Gehört nicht dazu, warum hab ich 10 E-Mails? Sorry, Star. Was? Man sollte die Endermännerperle nicht gegen den Endermann werfen. Sorry, Star. Ich weiß nicht, welche E-Mails. Mann, unser Pro ist so kacke, wirklich. Mann, halt die Fresse. Unser Pro wohnt auch bei seinen Eltern. Warte, ich auch, hä? Unser Pro wohnt auch bei seinen Eltern. Das ist verrückt. Das ist so verrückt. Ich hasse euch alle so sehr. Was ist mein Display Name bei Discord? Was ist das? E-Mails wahrscheinlich. E-Mails, hä? Achso, okay. Bro, WTF? Aber was ist denn der User Name? Hier ist... Mann, Bruder, dein User Name ist, wenn du draufklickst. Dann steht doch dein Name. Bruder, benutzt Discord seit gestern, Alter. WTF? E-Mails war vorne auf Skype mit seinen Jungs. Okay, ich hab jetzt Nito, glaube ich. Top. Da kann er dem Coach, den er zum Beispiel nicht für entgegenstehen. Und wie Persia immer komisch. Irgendwie zieht das gerade nicht mehr hin. Mann, Becci, chill mal kurz. Meine Katze ist vorm Bildschirm. Okay, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr jetzt sehen, was, was abgeht? Ich sehe alles, aber die FPS sind noch weniger geworden und ich hab mein Konto belastet, deswegen, ich hab, ich bin auf PayPal ins Minus gegangen, damit es noch mehr lags. Cool. Er hat in den Eintippen, der reingeschrieben hat, Nvidea geht down. Ich hab heute die, äh, ich hab heute die Hälfte actually verkauft. Das ist das beste Timing, was passiert. Leckt das? Real Talk, Real Talk. Ganz cool, ich hab ne andere Frage. Wenn ihr euch den Grafen anguckt, hab ich da wirklich genau da verkauft, wo es ganz oben war. Kein Problem, dank fürs Coaching. Und jetzt geht's runter. Easy. Kevin, kannst du auch noch dein Aktienportfolio zu checken? Nein. Bruder, Real Talk, Real Talk. Dorex, vielleicht wäre es besser, wenn du nicht nebenbei meinen guckst. Bro, bei mir haben gerade drei Leute Nvidea reingeschrieben. Die Odds, dass bei dir 10.000 Leute Nvidea reinschreiben, ist dann dreifach so hoch, und weil du kleiner Freak dann direkt an dein Handy gehst, auf dein Millionenportfolio, um zu gucken, wie viel du gerade verloren hast. Das ist ich. Ich lese dich. Ich bin der Mentalist. Guck mal, der Twist ist, ich hab heute die Hälfte verkauft am Hochpunkt, bevor es gejobbte ist. Ich hab was? Woher wusstest du das? Hast du Insider-Infos? Der nimmt den Mann fest. Nee. Oh, erwischt. Oh, erwischt. Er war nicht crazy gesund. Ja, so chill. Okay, gut. Dann die Max, zeig mal, ob das ist weg. Wir müssen die Max gucken, Kevin. du alter Börsenbetrüger. So. Ja, nee, das Nitro hat sich übelst gelohnt, Digga. Die Max, okay, die Max, hör mal zu. Bruder, mach einfach deinen Stream. Rita, wir haben keine Zeit. Lass keine Zeit wasten. Okay, warte, vielleicht gehst du. Ich bin neu gejoint. Willst du dein Fenster auf? Nein, mach mal Bildschirmaufnahmen. Einfach fülle Bildschirmaufnahmen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mann, aber warum ging das gerade eben? Wenn ich zock, dann Fensteraufnahme einfach. Ja, das musst du auch im Fenster hinkriegen. Ich hab deine Mutter gefickt, ganz klar, ich hab deine Mutter gefickt. Kevin, zieh das T-Shirt aus und schick's mir. Ausziehen. Bitte zieh dich aus, Kevin. Ich zock den nächsten try nackt. Ja, ja. Okay, okay, okay. Gib ihm Kevin. Okay, watch das. Du kannst das schaffen. Du bist him. Der Enderdrachen ist meine Bitch. Er ist seine Bitch. Aber es ist mein Fenster kleiner als euers. Sag Kevin, kämpf gegen mich, kämpf gegen mich. Digga, ich bin so am Trippen. Wo ist er denn her? Oh mein Gott, ist das krank. Unser Team ist so scheiße, Bro. Ich check gar nichts, Alter. Mein Kopf ist so wie letzte Stunde Mathe, Digga, Doppelblock gerade. Wann treffen wir uns am Sonntag? Real talk. Um 16. 8 Uhr morgens. 8 Uhr morgens. Ja, züch, Digga, chill. Okay, 9 Uhr dann. Digga, hab ich noch mit deiner Mutter verabredet. Was soll das, Kevin? Du weißt ganz genau, wie die Situation ist, dass meine Mutter die Streams guckt? Du kannst nur nicht reden mit meiner Mutter, das geht nicht. Nur deswegen finde ich das witzig. Okay, gut. Ist deine Mutter nicht bei irgendeinem, ist sie nicht bei Basti oder so sub? Bei, ja, ich hab bei Basti, ich kann doch gucken, ob die bei dir sub ist. Warte. Bist du mir hier eingeloggt? Ne, ich kann ja ihren Namen usern und gucken, ob die sub ist. Ne, bei dir ist sie kein sub, sie heißt aber Mama-No-Reax. Heißt sie nicht. Doch, ich hab den Account extra so genannt, damit ich sie erkenne. Das ist wirklich meine Mutter, Mama-No-Reax ist meine Mutter. Die hat 58 Follower. Ja, weil mein Chat ihr immer folgt und das lustig findet. Wie sollst du meine Mutter gerade gepärbt, hallo? Free my Mom? Was soll die Scheiße? Das ist meine Mama in Ruhe. Ne, das geht nicht. Ich hab deine Mama VIP. Deine Mama hat VIP. Ey, danke Mann. Aber, okay, also ich hab Mutti gesagt, sie soll nicht bei Leuten schreiben, weil das peinlich sein kann. Also darf sie bei dir jetzt schreiben? Ja. Wenn sie peinliche Geheimnisse über dich ausplaudert, dann ja. Nein. Mama, bist du gerade da? Ich weiß nicht, ob du sie hört. Mutti, Digga. Hä, sagst du nicht Mutti? Nein. Warum? Bro, what the fuck? Soll ich Mama mal anrufen und dir sagen, dass er das VIP bei dir hat? Ja. Okay, dann ruf ich gerade Mama an. Und dann muss ich zum Papa Basti. Oh, habt ihr die Nummer von meiner Mutter geleakt? Schere. Hallo Mama, ich bin gerade live und man hört dich und Kevin hört dich auch. Papa Platte. Ja. Kevin hat dir jetzt VIP bei sich im Chat gegeben. Das heißt, du hast jetzt so einen Badge vom Namen und man sieht immer, wenn du schreibst bei Kevin. Ja, schön. Danke. Ist das cool? Freust du dich darüber, dass du, also es gibt viele Leute im Internet, die sehr, sehr neidisch auf dich sind, auf das, was du jetzt erreicht hast. Ja, alles klar. Wie, ja, ja, alles klar. Warum? Freust du dich gar nicht? Ich freue mich. Okay. Mutti, dann hab dich lieb. Wir hören uns. Schönen Abend. Ja, ciao. Tschüssi. Mutter, du hast schönen Abend gewünscht, als würdest du bei so einem Arzt anrufen oder so. Nein, Digga, schönen Abend, ich wohne halt nicht mehr Mutti, leider. ich hab da jetzt irgendwie nicht so mitbekommen, dass sie sich gefreut hat, deswegen würde ich sie jetzt auch einfach NVIP wieder. Nein, lass, bitte. Ich würde dir das doch. Schade dann. Nee, gut, wenn du meine Mutter nicht Respekt hast, dann nicht. Respekt ist crazy halt. Oh mein Gott. Wollen wir uns um 12 Uhr vier Stunden vorher treffen? Tschüss. Das Ding ist, die Frage ist, wollt ihr das gewinnen? Ja. Yo, okay. No joke. No joke. Ich get's out gerade. Get's out. Es ist nur auch, selbst wenn wir sagen, wir gehen für den Content, es ist nur ein guter Content, wenn es so wirkt, als könnten wir gewinnen. Verstehst du, was ich meine? Genau, genau, genau. Es ist schlechter Content, wenn es so wirkt von Anfang an, als könnten wir nicht gewinnen. Und das Ding ist, ich sag, Veni hat sich ins Fäustchen gelacht beim Team Erstellen und dachte, das ist nur irgendwelche Pfeifen, die da Scheiße bauen. Aber wenn wir das gewinnen, die anderen können das alles schon. Die anderen, die machen das so ein Chaos, so der Speedrun immer. So ein Tchern ist auch immer am Speedrun. Die sind dauerhaft am Speedrun, wir nicht. Und wenn wir das gewinnen, ist das todespeilig für die. Ja, Ritter, wir haben die Möglichkeit, die anderen zu blamieren. Und wir haben die Möglichkeit, deine verfickte Miete zu zahlen. Ja, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich mach's für Mama. Aber mein verfickter Mikrofonhalter ist gerade abgegangen. Wir treffen uns. Digga, wir treffen uns am Sonntag um 12 Uhr hier im Discord und gehen nochmal alles durch, Leute. Ja, genau so machen wir das. Ich hab überlegt, ob es maybe nicht besser wäre, wenn wir das einzeln machen. Können wir auch machen. Dann ist nicht so krasser Content, I don't know. Nee, wir können es auch einzeln machen, aber wie würden wir das dann machen? Ja, ohne Milch einfach scheiß drauf. Macht ihr euer Ding, Digga, macht euer Ding ohne Milch. Schlaupt geschissen. Hab's doch mit. Nein, das geht. Ich fand das okay jetzt gerade. Ich fand das gut. Ja, ich glaub auch, dass ich so will. Alter, deine Mutter schreibt gerade mit dem Chat. Yo! Yo, Mama! Schreib mal Hallo an... Hallo Mama Norex! Aber kannst du nicht meinen Stream auch wieder aufmachen? Mama, ich brauch die Viewer. Bitte. Der eine ist wichtig, Mutti. Du weißt doch. Mit Miete und so, neue Wohnung. Danke dir. Was hat sie geschrieben? Hallo. Sie hat geschrieben? Hallo. Also sie hat einfach nur Hallo geschrieben. Mich als Profil oder als Kind? Wie findest du mich als Kind? Warte, ich höre Streamer-Mode an. Hier ist es noch nicht. Oh, ziemlich hässlich tatsächlich. Hä? Und heute? Und heute, Bro? Ja, also du hast auf jeden Fall Glow Up, Bro. Danke dir, danke dir, du auch. Du hast voll den großen Hinterkopf irgendwie, oder? Immer, immer noch, aber den sieht man natürlich auch. Ey, ich hab letztens so ein Bild gesehen, wie hat mir das denn geschickt? Ich glaub, Wilbo, da hast du ein Bild gemacht mit, mit, äh, mit Felix Rotpilz und Kramencrafter. Ja, Gänsehautbild, Gänsehautbild, oder? Warte, das muss ich kurz raussuchen, das ging ultra hart. Bro, du siehst ja aus, als hättest du Haarausfall mit zwei, deine Hairline ist legit besser geworden. Digga, chill mal, geh doch nicht auf mein Zweirig, ist ich, digga. Soll ich dir das Bild schicken, schnell? Ja. Ach, Digga, er schreibt in meinen Twitch-Chat, okay, sorry. Ja, hä? Ist ja nicht so, krass, das geht so krass. Und das Ding ist, Ropilz ist einer meiner besten Freunde heute. Das geht so krass. Und das geht doppelt hart. Und ich mit Max, ich hab so Bock, ich hab noch nie was mit Max gemacht, die Kollabo muss irgendwann leider stattfinden. Bruder, du hast halt auch wirklich einfach, du hast auch wirklich einfach ein Glow-Up gehabt, ne? Es ist, ich schäme mich Loki, das zu sagen, aber du hattest halt wirklich ein Glow-Up. Du siehst jetzt besser aus. Nee, for real. man. Bruder, du sahst aus wie ein Vollloser damals. Ja, aber ich glaub, wenn ich noch ein bisschen abnehme, dann wird das noch krasser sogar. Zeig mal Bauch, zeig mal Bauch. Geht nicht. Doch, mach mal. Ich hab das noch, ich traue, das ist so eine Insecurity von dir. Ja, ja. Bruder, wir sind unter uns. Hä, geht das voll zu? Wir sind unter uns? Nein, Realtalk, das muss dir nicht peinlich sein. Mach uns ohne T-Shirt. Ich hab, nein, ich hab, Bro, ich hab in Nerd in the Nerd in the Trimax-Ding nen Unterhemd getragen, weil ich mich nicht ausziehen wollte. Das ist mir, wir können das privat mal machen, aber ich kann das nicht schämen. Aber du musst dich dafür nicht schämen, Bro, du bist nicht dick oder so. ich weiß, aber irgendwie ist das so. Ich weiß nicht warum. Ja, ich verstehe. Ich krieg das nicht abgestellt. Ich verstehe, ich verstehe. Nee, aber wir können nachher gerne facetimen und bestimmen uns ausziehen, wenn du magst. Ja, safe. Okay, gut. Safe. Dann, wir gewinnen das. Bro, Dima sagt irgendwie seit 20 Minuten nix mehr. Lebt ihr noch? Dima hat hart. Alles gut. Weißt du schon von Norex neuer WG? Was für eine WG? Oh mein, ich zieh mit Felix zusammen. Welchen Felix? das Lebensproduzieren. Nicht der Fell of Squad. Warum Fell of Bro? Ich bin das beste Jahr meines Lebens. Ich laber, ich laber ne Scheiße. Nee, ist geil. Ich glaub, das wird guter Quante. Da wird Content sprudeln. Ich sag, diese Bude wird ein Content House. Das wird, Digga, was randalierst du da an deinem Mikrofon so rum? Das, das, hallo? Wieso randalierst du da? Alles gut, Kevin? Geht irgendwie nicht rein gerade. Oh, scheiße drauf. Nimm einfach halt in die Hand des Mikros. Auch geil. Na gut, juckt. Alright, ey Männer, wann wollen wir uns verabreden? Wir brauchen einen Termin. 12 Uhr da an dem Tag ist es okay. 12 Uhr, Dima, bist du da schon wach oder bist du da noch irgendwie Hausaufgaben am machen oder so? Digga, ich bin 21. Ja, du fucking know, was wir dir abgeben, Bruder. Digga, Semesterferien, schau mal kurz, äh, ähm, 12 Uhr, ja okay. Meine Mutter schreibt in meinen Chat Basti sofort, ich muss wirklich schnell weg, bis dann. Deine Mut, also er ist schon weg, aber seine Mutter hat einen Startwagen bekommen, naja, schade dann. Alright, ey Dima, maske, oder wir sehen uns aufs Sorteil. wir hören uns, ciao. See you, bro.